Hallo ihr geduldigen Menschen, hier bin ich wieder, euer Tobi von Hanfner und ich möchte mich heute der Frage widmen, kann diese Teilentkriminalisierung überhaupt noch verhindert werden? Denn das ist natürlich eine Frage, die sich viele stellen, gerade bei der gerade wieder aufkommenden Euphorie. Und ich muss euch leider vorweg die Illusion nehmen, es gibt bestimmt 100 gute Gründe, warum das Ganze noch scheitern kann. Da will ich auch einfach mal ganz, ganz realistisch sein und will euch nichts vormachen. Und ich will mir aber heute auch mal die größten Hürden, die vielleicht noch im Wege stehen, die größten Gefahren, die noch lauern, mal ganz kurz beleuchten und euch dann vielleicht auch wieder am Schluss ein bisschen Mut machen. Ich will vielleicht noch vorweg sagen, dass da ganz schöner Gegenwind auch manchmal aufkommt und ich weiß, dass ich manchmal vielleicht schon zu gutgläubig war, vielleicht auch zu naiv, aber ich habe zum einen daraus gelernt und zum anderen hat sich die Welt ja auch wieder weiter gedreht. Und ich habe von Anfang an daran geglaubt, dass diese Bundesregierung das etwas umsetzen möchte und auch wird. Und ich glaube auch nach wie vor daran, dass das passieren wird und ich kann mir auch vorstellen, dass das zum 1.4. passieren wird. Ob das dann klappt, werden wir sehen. Da gibt es sicherlich noch größere Gefahren als bei der grundsätzlichen Umsetzung meiner Meinung nach. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auch am 1.4. dann schon feiern können. Jetzt aber erstmal zu den großen Hürden, die bis dahin überhaupt noch auf dem Weg liegen und das ist natürlich zum einen erstmal unsere Bundesregierung. Mal ganz abgesehen davon, dass viele denen gar nichts mehr zutrauen, dass die irgendwas vernünftig hinkriegen, was aber meiner Meinung nach auch ein bisschen überzogen ist. Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Es geht um unsere Abstimmung nächste Woche, das neue Gesetz. Das wird also erst in einigen Ausschüssen noch mal final besprochen. Da sehe ich aber keine wirkliche Hürde, denn die haben das jetzt lange genug durchgekaut. Und bei allen Gegenstimmen, da komme ich gleich dann noch dazu, läuft das durch. Und dann wird am Donnerstag oder Freitag die Abstimmung im Bundestag stattfinden, nach der zweiten, bei der dritten Lesung. Das wird der historische Moment und ich glaube daran, dass das passieren wird. Was kann aber noch schief gehen? Es kann passieren, dass morgen eine Million Menschen nach Berlin reisen und gegen die Legalisierung demonstrieren. Dann wird die Arbeit mit Sicherheit ganz schön Druck spüren und sich das Ganze vielleicht doch noch mal überlegen und auch die Gegenstimmen vielleicht stärker gewichten, als das bisher der Fall war. Was kann noch passieren? Ich habe es schon angesprochen, es gibt Gegenstimmen. Auch wenn da nicht eine Million Menschen nach Berlin gehen, so gibt es starke Interessensverbände, es gibt starke Einzelmeinungen, die dagegen wettern, die wieder diese großen Horrormärchen hochstilisieren und das Ganze zu einer Grundsatzfrage aufbauschen, sage ich jetzt einfach mal. Die gibt es aber auch jetzt schon seit Jahren und die hat auch unsere Bundesregierung in den letzten zwei Jahren und auch noch in den letzten Wochen ausgehalten. Deswegen werden auch die Gegenstimmen, egal wie viele Pressevertreter da wieder mitmachen, wie viele Politiker mitmachen, eben wie viele Interessensverbände da wieder mitmachen beim Dagegen wettern, dadurch wird die Regierung nicht kippen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Aber es gibt ja auch jetzt schon innerhalb der Regierung viele Abweichler, die also nicht so hinter diesem neuen Gesetz stehen. Und da machen sich auch einige Sorgen, dass diese Abstimmung überhaupt erfolgreich vollzogen werden kann. Da möchte ich euch auch sagen, macht euch da nicht zu viel Sorgen. Da müssten schon wirklich 50 Leute abweichen von der SPD oder auch von allen drei Ampelparteien, was schon verdammt viel wäre. Und da wurde auch uns beim Protestcamp vor dem SPD-Parteitag zugesichert, dass, wenn es eng wird, auf die Fraktionsdisziplin hingewiesen wird, sodass also die Mitglieder oder die Abgeordneten dazu aufgerufen werden, sich an diesen gemeinschaftlich geschlossenen Kompromiss anzuschließen. Das muss natürlich niemand. Die dürfen natürlich oder sollen auch nach ihrem eigenen Wissen und Gewissen abstimmen. Aber das hat schon durchaus auch Gewicht. Und bevor es da irgendwie knapp wird, werden die dann auch vorher nochmal die Notbremse ziehen. Ich glaube aber nicht, dass es knapp wird. Es kommt ja zudem auch noch dazu, dass auch Abgeordnete aus der Opposition für dieses neue Gesetz stimmen werden. Das ist sicher. Und deswegen ist die Gefahr also noch noch viel kleiner, dass da sich die Bundesregierung sowas von blamiert wegen so einem Gesetz. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen und will ich mir auch nicht vorstellen, natürlich. Aber macht euch da wirklich keine Sorgen. Diese Abstimmung wird nächste Woche im Bundestag klappen. Da bin ich von überzeugt. Und natürlich kann es sein, dass ich nächste Woche hier sitze und ich werde mich bei euch entschuldigen und rumjammern. Und all sowas ist ja auch schon vorgekommen. Gar kein Thema. Das werde ich auch im Zweifel nochmal tun. Aber ich glaube daran voller Überzeugung. Und mein Gott, man ehrt sich doch immer mal im Leben. Ist doch nicht schlimm. Deswegen werde ich trotzdem weiter eine Meinung haben. Deswegen werde ich trotzdem weiter meine Meinung haben. Und lasse mir da auch keine andere aufzwingen. Und die werde ich hier kundtun. Und wem die nicht passt, das ist doch ganz normal. Wir sind so unterschiedlich. Wir haben so viele unterschiedliche Meinungen. Wir haben auch so unterschiedliche Frustrationslevel und Toleranzgrenzen. Ist doch ganz klar, dass wir ganz unterschiedlich manchmal das Ganze bewerten. Und auch unsere Emotionen spielen da natürlich eine riesengroße Rolle. Ich halte das auch nicht immer aus. Aber ohne Optimismus funktioniert für mich diese Arbeit nicht. Ich habe es schon mal erwähnt. Was gibt es also noch für Gefahren? Es gibt ja noch den Bundesrat. Ja, und die können das Ganze nochmal in einen Vermittlungsausschuss, bin jetzt nicht ganz sicher wegen dem Wording, aber glaube ich sowas bringen und können das Ganze nochmal verzögern. Ich habe es ja schon mal vor einem Jahr oder zwei schon angesprochen. Die können das Ganze dann mit einer Mehrheit im Bundesrat nochmal zurückgeben an den Bundestag. Und die können dann aber wiederum das Ganze mit dieser einfachen Mehrheit wieder abschmettern. Oder soll es eine Zweidrittelmehrheit geben im Bundesrat? Wäre auch erstmal eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig. Aber das ist alles überhaupt nicht so wichtig. Erstmal ist die Frage, ob das überhaupt im Bundesrat eine Mehrheit gibt, die das Ganze verhindern will. Das ist schon gar nicht so sicher, denn in eigentlich allen Koalitionen, bis auf eine Ausnahme glaube ich, sind überall auch Ampelvertreter dabei. Das heißt, die müssten sich da also ihr eigenes Gesetz auch über die Landesvertretung torpedieren lassen. Das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Und selbst wenn es dazu kommt, dann verzögert sich das Ganze. Dann müssen wir wirklich vielleicht noch bis 1.5. oder 1.6. warten. Vielleicht auch noch ein bisschen länger. Das ist tatsächlich möglich. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich. Aber wenn es so ist, halten wir das auch noch aus. Denn die Ampel kann mit ihrer doch stabilen Mehrheit das Ganze durchbringen. Und dafür müssen wir weiter kämpfen. Es hilft nichts. Wir müssen weiter kämpfen. Und das auch noch die nächste Woche. Denn noch ist das Ganze eben nicht abgestimmt im Bundestag. Noch ist dieser Prozess nicht in Gang getreten. Und deswegen sollten wir auch alles dafür tun, weiter Druck zu machen. Wir können weiter Druck machen. Und selbst die, die an diese Abstimmung glauben und sagen, ach, dafür brauche ich jetzt keine Kraft mehr aufwenden. Dann schreibt Herrn Wissing wegen der Verkehrsproblematik, dass der auch aus dem Quark kommt. Und dass das Ganze dann auch möglichst bis April schon mal beschlossen ist. So wie das Ganze schon eigentlich lange verlangt ist und schon lange hätte umgesetzt werden sollen. Und wenn euch vielleicht die CBD-Problematik interessiert, die Nutzhanf-Klausel, dann schreibt Herrn Özdemir. Denn der als Landwirtschaftsminister wird in Zukunft dafür zuständig sein, wie das Ganze reguliert wird. Und auch da wäre jetzt schon eine Menge Vorarbeit zu leisten. Ich hoffe mal, und da will ich jetzt nicht zu gutgläubig sein. Ich glaube nicht so richtig dran. Aber ich hoffe mal, dass da schon erste Vorarbeit geleistet wird im Hintergrund. Aber ich glaube auch weiterhin daran, dass es Druck von uns braucht. Wir sind verdammt stark. Und ich habe eingangs erwähnt, dass eine Million Menschen gegen die Legalisierung demonstrieren könnten. Es könnten aber auch nach wie vor eine Million dafür demonstrieren. Und dann würden wir noch viel schneller, noch viel bessere Ziele erreichen. Das will ich einfach nochmal auf den Tisch bringen. Und deswegen glaube ich weiter an diese Teilentkriminalisierung und habe auch große Hoffnung, dass wir danach nämlich alle viel weniger Paranoia in uns haben, viel mutiger und aufrichtiger für unsere Freiheitsrechte eintreten können. Und dann bleibt es auch in der Zukunft dabei. Wir paffen das. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Zuhören.